Die Himmelsscheibe von Nebra ist die weltweit älteste bisher bekannte konkrete Darstellung astronomischer Phänomene und mehr als 3600 Jahre alt. Dargestellt sind eine Mondsichel, der Vollmond, teilweise auch als Sonne interpretiert, und insgesamt 32 Sterne. Der als Plejaden gedeutete Sternhaufen hat große Bedeutung für den bäuerlichen Kalender. Zeitpunkt für Aussaat und Ernte ließen sich aus bestimmten Konstellationen der Gestirne ableiten. So gilt die bronzezeitliche Himmelsscheibe von Nebra als erstes astronomisches Werk, in dem Vorgänge der Himmelsmechanik analysiert und festgehalten werden. Eine Meisterleistung früher Astronomen. Ansonsten. Ich hab noch immer im Mannen geflogen, wie die Klipung im Techniker heute Tanke weiß, das ist ein W standing. Wenn ich den Kino entdeckt habe, dann wird es ein W sheimer an, ein W kleines nicht oder wie der Kino entdeckt. sondern wie er sich in der Kino entdeckt, es ist ein W�aros, der Kino entdeckt. Also ist man, diese Fähigkeit zu bewerten, Und diese Fähigkeit unter dem Kino entdeckt. Vielen Dank.